liebe schnittchen alle herzlich willkommen auch bei youtube zurück bei terraria hat jetzt gerade angekündigt hat er hat was getan hat ein bisschen obsidia gefahren ich wollte es gerade sagen genau wenn ich das jetzt richtig habe hat jeder von uns jetzt auch eine adamantit rüstung schon mal war ist absolut korrekt den rest den wir dann finden werden wir dann nutzen wir sagen für wettbewerden oh mein gott ein echter hengst hat jemand von euch lesser mana potions also sie sich so ganz verstanden hat nein habe ich meine potions geben und kann man das ist das ordentlich drauf gedruckt das ganze an ich habe keine mana portion für dich sorry okay ich habe noch sechs große also weil wenn du mich jetzt gegen das mechanische auge kämpfen würde ich halt dauerfeuer machen ja ich habe meine uzi wartet was so willst du jetzt direkt reinhauen hier das ging ja nicht ging nur nachts müssen wir leider etwas warten oh ja gut wir haben ja schon half day warte mal ich konnte mir doch die mana potions bei irgend so einem assi hier kaufen da oben ist die sonne mal gucken wir mal ob das noch geht ach stimmt ich hatte hier das geile säbel ding du kannst dir lesser mana potions irgendwo kaufen wird hier geschrieben ja weiß ich was weiß ich muss noch Geld sparen bist du doch bei dem typen bei dem du dir auch Halt drin gekauft ja hier was kostet denn ich denke auch ein lächerliches silber ja jetzt kann man ja mal kann man ja mal investieren ich finde es so krass dass meine schwert minus fast 20 prozent tempo hat meine schwert meine schwert meine schwert ja aber zieh dir mal rein alter wie schnell das zuschlägt ja voll krass ey meine schwert minus 20 prozent tempo aber dann musst du doch langsamer zuschleimt oder ja genau und trotzdem ist es ja du bist auch gay blub 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 ja drücken geht auch denn der blub 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 ok schaden machen ich schon noch aber ich bin doch fernkämpfer ha ist ja ekelhaft oh gott oh ohne gefallen wieso haben wir eigentlich so viele löcher in unserer verkackten plattform hier die mal auslassen was da hat das weiß ich auch nicht ok da braucht man fallen stars für klugengster boah jetzt könnte das wieder los wo kommt das schwarze auch noch diese woche mach ich ne ankündigung echt echt du machst ne ankündigung obwohl wir nicht mal nen termin haben wir haben doch schon voll viel aufgenommen ach so ach das ist noch nicht veröffentlicht da können wir mal rausknallen Oh, haben wir eigentlich einen Wizard bei uns hier am Start? Ja, haben wir. Ja, oben, links, rechts. Ist das Buddhaschalt? Ach, hier, Seonard ist das. Ach, bei dem kann ich nämlich die dicken Mana-Tränke kaufen. Großer Mana-Tränk kostet nur 5 Silber, mega easy. Ach, das ist ja voll lächerlich. Ja gut, ich habe auf jeden Fall eine OP. Drippings, wie ich denn mit so einer Pinzette oder Pipette, ne Pipette ist das? Was macht man denn damit? Kannst du das da auch kaufen? Ja, kannst du eine Pipette kaufen. Material, ein Silber. Kannst du dir Nasenhaare mitziehen? Und eine Musikbox, kann Songs aufzeichnen. Peter, das ist eine Pinzette, ja? Ach ja, richtig, eine Pipette ist, da kannst du Popel raussaugen aus deiner Nase. Das will zum Beispiel mal eine Anwendung. Leute, Alter, ich habe schon wieder vergessen, dass du das ja kannst. Ja, das brauchen wir gleich, das ist voll gut für die Augen. Du siehst echt voll knuddelig aus, Hadi, mit deinem Zaubereraufzug da. Wie, wie? Ich will dich knuddel. Da ist ein Vogel, danke schön. Warte. Vögelchen. Bussl. Dankeschön. Hier, spiel mit meinem Jojo. Nimm mal ein Jojo ins Gesicht. Lecke dran. Ich werde für uns die ganze Zeit den Nahkämpfer machen, schön. Also ich bin der Jojo-Man. Dabei bleibe ich auch da. Mit einem 70 Schadenschwert. Ach ja, was mir gerade einfällt, was wir mal machen könnten, wäre... Wir könnten hier mal eben so eine Steinwand hochziehen. Hat jemand Steine am Start? Ja. 5. 28. Ja, kommt mal eben kurz hier hin. 999. Was soll ich machen? Peter steht im Weg. Ja, hier wo ich bin, eine Steinwand hochziehen. Da steht Bram drauf. Schon geht halt nicht. Wo ziehst du noch die Steinwand hoch? Was macht ihr da? Ich weiß nicht, ob das jetzt großartig was bringt, aber... Moment, Hadi ist ganz wunderschön. Warum brauchst du da eine Steinwand hoch? Hadi ist doch gar nicht Peter. Hadi ist nicht Peter. Das ist natürlich... Ich geb mal alle ins Team Grün rein. Wo ist Hadi denn? Ja, okay. Hadi steht unter uns. Ich seh den nicht. Ja, kannst du machen. Ich glaube, dass... Ich frage jetzt, ob das was bringt. Das könnte man mal im Chat mal fragen, ob das was bringt, hier an der Oberfläche, eine Steinwand zu ziehen, damit man den Dschungel aufhält. Oder ob man das bis nach unten hin durchmachen muss. Obst du dafür nicht so ein Zeug planten? Ja, nee. Ich glaube, das konnte man auch durch eine relativ breite Hülle wird auch irgendwie machen. Weil genau unter uns ist doch diese Blümchenwelt und nicht Dschungel. Ja, aber der Dschungel... Ich weiß nicht, ob der Dschungel sich auch ausbreitet, wenn der... Achso, du meinst über die Pixie. Wenn der auch unter uns ist. Also durch die Hülle bis oben nach uns. Wenn du hier stehst, dann siehst du doch hier unten ist doch diese Pixie-Welt, oder? Ja, ja, aber der Dschungel wird ja immer weiter nach links gehen jetzt. Ja, auch über die... Also, ich weiß nicht mehr, wie das verhalten ist. Ob die Pixie-Welt gewinnt, oder der Dschungel. Stehst du, was schmalen? Boah, voll der schöne Regenbogen. Hat gar nicht gerechnet, der bekommt der Herd. Jetzt stehen wir hier und warten. Was macht eigentlich hier so eine Javelin? Kannst du Raketen mit verschießen. 17 Wurfschaden ist ja der absolute Oberknaller. Ja, auch 50 Abwehr auch. Eingefretten wurde. Der hat das gleich tanken. Und ich versuch's zumindest. Ich sollte vielleicht ein paar Tränke... Hat jemand auch Tränke von euch? Große Heiltränke? So müsste das eigentlich richtig sein. Äh... Ja. Ich habe... Ich habe kein... Drei Stück. Ich habe nur schwache Heiltränke und normale Heiltränke, aber keinen großen Heiltränke. Ich habe auch nur normale Heiltränke. Große habe ich nicht. Kann man die kaufen? Nee, die musst du... Du kannst die schwache kaufen und kannst die dann aufmotzen. Wie motzt man die nochmal auf? Mit Pilzchen. Mit Pilzen. Genau, mit Pilzen war das. Weißt du, warum haben wir denn jetzt welche? Pilze? Mit welchen Pilzen macht man das? Sag mal, sollten wir nicht... Also ich meine, jetzt würdet halt schon Abend, aber hätten wir nicht mal unsere Steinbrücke hier mit dieser... mit dieser... Holzdingens ersetzen sollen, damit wir auch da unten durchschießen können. Ja, wir können ja auch hier kämpfen. Aber ohne Spaß, lass mal bitte eben noch schnell Lagerfeuer machen. Damit wir da gebufft sind. Ja, mach doch schnell Lagerfeuer. Mach doch mal Lagerfeuer. Ja, ich hab... Ich hab da noch sechs Holz. Ich hab auch kein Holz. Ja, Holz hat keiner und da liegt alles unten in den Truhen. So wie immer. Mach die Tür aus. Wie kombiniere ich denn jetzt die Pilze mit dem schwachen Haltrank? Vor allen Dingen, welche Pilze sind das? An dem... Die an der Oberfläche wachsen. Hä, sind das nicht die blauen, die man unten findet? Die blauen benutzt du für Mana-Trenke. Paradoxalith. Ich bin immer zu blind, dieses Hässliche, diesen Tisch zu finden mit der... Ah, da. Ah, da, da, wo man steht. Das ist doch bei den Löras. So, ich hab uns mal drei Campfire gemacht. Können die nicht mit schwacher Haltrank und Pilz? Verdammt, wie macht man die an der Führer nicht? Fragst du einfach den lockeren Guide hier. So, hier eins. So, das stimmt. Dann sag mal Bescheid, wie das nochmal geht. Ach, man braucht die glühenden Pilze. Hier eins. Es wird Abend, Freunde. Baust du jetzt eigentlich den Shit? Ja, rechts. Eins, zwei. Ah, sehe ich auch noch Nummer drei. So. Danke, Tenoblion. So, jetzt haben wir immer den Buff, dass wir auch geheilt werden. Gut, dann lass mal kämpfen jetzt hier. So, soll ich rufen? Moment, Moment, Moment. Kurz Tränke noch. So, zwölf Stück die Sacken bereichen. Hab ich echt noch einen Tante gebringt? Ich könnte noch was aus Schramm und Atmen. Okay, ich ruf das Ding jetzt, ne? Ich ruf es. Ne, warte noch. Wieso geht das nicht? Kohle einmal. Ich habe relativ viele in meinem Inventar, das könnte gleich noch zu Problem führen. Ich darf nicht sterben. Ne, geht nicht. Geht nicht. Ich kann es nicht rufen. Haben wir vielleicht irgendwas noch nicht gemacht, sodass das noch nicht geht. Mechanisches Auge, verbrauchbar. Ruf die Zwillinge herbei. Ich habe es in der Hand, aber ich kann es nicht benutzen. Da. Da sind sie. Da sind sie. Alter, wieso kommt denn der zu fucking Mia? Weil du fucking geil bist. Alter, der ist voll der Wichser. Ich sehe überhaupt keinen. Solche zum Linken oder zum Recht? Ich zum Linken. Ja, erst, lass uns erst mal auf eins konzentrieren. Ja, auf den Linken. Oh, war das so nach oben der Bruder, oder? Ja, sicher. Boah, der fressen aber richtig zu hart. Links den Schüssen wir ausweichen, Leute. Links den Schüssen ausweichen. Oh. Jetzt kann ich gerade nicht auf den Linken gehen. Ich muss gerade auf den Rechten gehen. Ja, auf den Rechten. Das hat nicht sowieso besser. Alter, was der gerade schluckt, Alter. Der steht gerade. Das ist der Shit. Alter, hat der gerade richtig gefressen, ey. Jetzt wieder auf den anderen. Den haben wir nämlich schon niedriger. Mach ihn weg! 50, 40. Jetzt wird er mechanisch. Ich kann jetzt nicht... Oh, 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 oh. Alter, kriege ich auf die Schnauze. Der hat mich gedingstet. Gedingstet? Was heißt denn gedingstet? Ja, angedingstet. Hallo, Nurse. Hi, heile mich. Kommen wir da? Ja! Der ist direkt da. Dann kommen wir nicht durch. Sind das dann direkt beide? Was ist das denn hier? Der andere ist bei unserer Homebase. Okay, ich muss jetzt mal kurz zu einem Nurse kommen. Ähm, 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 zwei, eins. Komm schon. Ja. Okay, alles cool, alles cool. Ey, der konzentriert mich hier gerade voll. Höre auf mich. Ich bin tot. Oh, kacke, der darf... Alter, wo seid ihr? Links. Wo seid ihr? Links vom Haus. Ja, links vom Haus ist richtig. Wir müssen schon nach rechts. Wir dürfen nicht durchlaufen. Oh! Ja, wenn ihr könnt, geht wieder auf die rechte Seite. Aber ich denke mal, ihr habt den Daumen besicht. Ah! Ja, mein Spiel hat sich minimiert. Aua, 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 aua. Oh Gott! Der ist bei mir! Alter Mann, laufe schneller. Okay, Jungs. Das ist nicht mehr allzu viel. Der hat nicht mehr viel. Okay, jetzt richtig hart Damage machen. Ja! Boah, Pell hat alles eingesammelt. Der Schlingel. Aua, der macht 200,000! Damage, was ist denn hier los? Geht mal weg. Alter! Boah, der hat die Tür zugemacht. Erstmal voll die Panik gezogen. So, ich gucke mal kurz, was der hier ist. Der hat eine Twin Mast gebracht. Das ist nur optisch der Natur. Also scheißegal. Hallowed Bar. Bringt uns das was? Bestimmt. Weiß ich nicht. Also Hallowed Bar. Ja, Hallowed Bar brauchen wir, glaube ich, schon. Das ist schon so fortgeschrittenes Teufel. Und einen Spasmatism Trophy. Ah, das ist ja zum Platzieren. Krass. Also der ist leider nichts zum Benutzen oder sowas, hat der gedroppt. Aber die... Kann die komische Trophy nicht platzieren? Okay. Boah, guck mal, wer da kommen möchte. Ja, okay. Ich hab gerade im Wege an den Shot gekriegt. So, weg. Zieh das scheiß Auge, nehm ich mal in der blöden Auflösung. Aua. Hä? Zwei davon? Holt die Seelen. Ja, ist jetzt ja komisch. Wieso schreiben die... Ihr habt die Seelen vergessen. Ich da noch was? Irgendjemand... Der droppt wohl auch Seelen. Ja, ich hab die Seelen der Einsicht, hab ich. Okay. 39 Seelen der Einsicht. Alter, wie viele von denen wachen denn jetzt auf, bitte? Claude, Timmer. Der war der Letzte. Dann hast du wohl die Seelen. Ach, du hast die alle gerufen? Was machen wir denn damit? Äh, weiß ich nicht. Ja, ich würd mal sagen, die Seelen der Einsicht, die lege ich jetzt erstmal unten in so ne Truhe rein. Ja, so wie die Hallowed-Bar ist, die packe ich da auch rein. Ja, ja, okay. Also, ich meinst nicht, was machen wir jetzt sofort damit, sondern was kann man damit machen? Weil das ist unser nächster Schritt. Der nächste Schritt ist, kannst du raus. Ich bin schon dabei. Man kann daraus ne Rüstung machen. Komplett die Hallowed-Rüstung, quasi. Drex, ne Pickaxe, Excalibur kann man daraus bauen. Uh, das ist gut. Lightdisk. So, Excalibur macht 57 Schaden nur. Weißt du, wie billig wäre. Und die Lightdisk, die macht auch 57. Also, was ich gerne hätte, wäre beispielsweise dieser Delfinwerfer da. Das ist so ein Upgraded-Mini-Shark-Ding. Aber ich glaub, das kriegt man erst. Oh Gott. Die kommen aber von der fucking Truhe da weg. Was machst du denn da? Ja, das ist... Ich bin gerade, ähm, Vicky. Dieser... Ja, dann geh von der Truhe weg! Dieser Sharkwerfer ist... Das benutzt er mit Magie, soweit ich weiß. Nee, 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 den... Ähm, diesen Delfin nicht. Achso, den Delfin nicht. Optik-Stuff. Ich war immer nur verwirrt, wenn das Beistand ja, das ist ein Hard-Mode-Boss. Aber die meinen damit, der Hard-Mode wird aktiviert, sobald du die Wall of Flash gemacht hast. Also nicht das Spiel-Hard-Mode. Ach, damit hat man diese Avenger-Embleme gemacht. Avenger-Embleme. Avenger-Embleme. XJPSX Hard-Mode Web DSA. Wow, hab ich ja nicht vorhin schon erzählt. Turtle-Armor. Was bräuchte man für die Turtle-Armor? Turtle-Shield.